Lärch & Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit diesem Immo-Tipp. Wir sind heute in Winterthur bei Lärch & Partner. Nicht bei einem Projekt, sondern bei Neuigkeiten. Bei mir ist Ramona Schiesser von Lärch Promotionen. Was sind die News? Die News sind die, dass wir seit dieser Woche eine App lasiert haben. Das heisst Immobilientrauer. Und was kann diese App genau? Wenn Sie die App herunterladen, haben Sie die Möglichkeit, selber entscheiden, an welchen Projekten oder auch Projektenkündigungen sind Sie interessiert. So werden Sie mit regelmässigen Puschbenachrichtigungen informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Können wir als Beispiel machen? Wie sieht das aus, wenn ich mich jetzt für ein Projekt interessiere? Ja, natürlich. Sie können das App herunterladen, Sie können darauf Ihre Favoriten eingeben, können wir dann eigentlich gerade einen aktuellen Projektstand als Update über. Oft starten wir ja mit den Projektenkündigungen schon auch in einer Phase, in der wir vielleicht erst das Grundstück erworben haben, einmal ein Vorprojekt entwickelt haben. Und so kommen Sie dann beispielsweise eine Benachrichtigung über, wenn die Bauung abgemacht ist, wenn die Baubewilligung eintrifft. Natürlich haben Sie den VIP-Vorteil, wenn wir mit dem Verkauf starten. Das heisst, Sie kommen vor allem die Projektinformationen über die Kaufsunterlagen oder auch während der Projektphase. Das heisst, wenn wir irgendwann mal einen Tag der offenen Tür haben, haben Sie immer alles live auf dem Abteil und verpassen so sozusagen nichts mehr. Das ist ja für bestehende Projekte. Was passiert mit neuen Projekten? Ja, also zum einen ist das App natürlich immer up-to-date. Es sind immer alle Projekte dort drauf. Wir haben gleichzeitig auch noch eine Newsletter, die wir quartalsweise verschicken. Den können Sie auch über die App empfangen, auch über eine Push-Benachrichtigung. Und dann sehen Sie auch, wenn wir einen neuen Projektankunden haben, sind Sie eigentlich gerade informiert und verpassen da nicht, wenn es dann schlussendlich losgeht. Das ist die neue App von Lärch und Partner namens Immobilientraum. Sie ist der Schlüssel zu Ihrem perfekten Zuhause. Entdecken Sie jetzt ab App Store oder Google Play Store ein vielzahlen an atemberaubenden Immobilienangebot in Ihrer Nähe, einfach und bequem auf Ihrem Smartphone. Erfahren Sie mehr über Angebote, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen und bleiben Sie über den informativen Newsletter stets auf dem Laufenden. Entdecken Sie jetzt die Immobilientraum App und erfüllen Sie sich den Traum vom Eigenheim. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie aber auch unter www.immobilientraum.info Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung.